Hallo und grüßt euch und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal von Thomas Klein, Coaching & Consulting Services, kurz Klein Marketing Consulting. In diesem Video soll es um Software-Tools gehen. Also ich habe da schon auch immer wieder in den letzten Jahren Videos hochgeladen und gleich vorweg, ihr könnt euch da auf künftig, sehr zeitnah auch, eine geplante Videoserie freuen, wo ich Hands-on-Videos hochladen werde. Also nicht nur Theorie, hier auf dem Whiteboard ein bisschen was rumkritzeln und darüber sprechen, sondern auch Hands-on-Tipps und meine Erfahrungswerte mit euch austauschen und dann eben hochladen. Also ich sage jetzt mal konkret, Tools, die wir permanent im Einsatz haben, wie zum Beispiel Pipedrive, HubSpot etc. pp. Und heute in diesem Video einfach mal so ein kleiner Überblick und die meisten Fehler, die ich immer wieder sehe, die gemacht werden, insbesondere bei Solopreneuren, Leute, die quasi so noch ganz am Anfang stehen, auch in dem Prozess ihrer Selbstständigkeit beziehungsweise vielleicht schon in den GbH gegründet haben, aber einfach noch nicht so viel Übung haben und letztendlich auch noch keinerlei Tools haben logischerweise, teilweise noch nicht mal Kunden haben als Selbstständige oder gerade in dem Prozess sind sich die ersten Kunden vielleicht zu suchen, an mich herantreten, an unsere Unternehmung und uns um Hilfe bitten und das kannst natürlich du auch. Und wenn du dich quasi auch in dieser Situation befindest gerade, hier unten findest du den Strategie-Session-Link beziehungsweise einen Link zu unserer Homepage und dann dort eben weitere Informationen und auch die Möglichkeit bei uns, dir eine kostenlose, gratis Strategie-Session zu buchen. Das ist quasi ein Erstgespräch, wo wir uns kurz austauschen und schauen, ob wir da vielleicht da schon Wälder helfen können. Und gleich mal vorweg, das wichtigste Learning, das ich in den letzten Jahren immer wieder mitnehmen konnte von mir selber, von unserer Unternehmung oder auch von Kunden und von Leuten, die ich gecoacht habe, ist, dass man zugeballert wird von irgendwelcher Werbung, also zum Beispiel HubSpot und ähnliche Werbung, wo er sehr stark teilweise war, und sich dann ein Tool kauft und dann dazu neigt, dass man seine Prozesse an das Tool anpasst, weil man sich quasi für ein Tool entschieden hat, das hat vielleicht sogar ein bisschen mehr gekostet, als man vielleicht gedacht hat ursprünglich. Und man ist dann so quasi indoktriniert durch die Werbung und alles und durch viele Tutorials vielleicht, dass man so verliebt ist in das Tool, dass man dann hergeht und sagt, okay, ich will jetzt unbedingt dieses Tool, ich will alles nutzen, was da irgendwie in dem Tool, was zur Verfügung steht, und jetzt nehme ich meine Prozesse, sofern sie dann schon bestehen, und passe die sozusagen an das Tool irgendwie an, ja, und wenn die nicht ausreichen irgendwie, dann mache ich noch mehr Prozesse dazu, damit ich noch mehr das Tool nutzen kann, weil ansonsten habe ich es ja umsonst gekauft. Also so ein bisschen die Dinge, und das ist natürlich grundsätzlich verkehrt. Du solltest herangehen, und bevor du überhaupt daran denkst, ein Tool zu kaufen, und du solltest zuerst mal deine Prozesse analysieren, definieren, dann vielleicht sogar nochmal einen externen, so wie uns, drüber schauen lassen, optimieren, und dann erst implementieren. Das heißt, du baust deine Prozesse um ein Tool herum, und das Tool ist lediglich für die Implementierung, für die Umsetzung, für die dann später Anwendung, für deine Anwender, für deine Mitarbeiter, oder wie auch immer Kunden zuständig, und nichts weiter, ja, und das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Sache, die viele immer wieder verkehrt machen, oder sich auch dazu verleiten lassen, ja, es ursprünglich richtig machen wollten, aber dann wieder sagen, ach, das ist so ein tolles Tool, ich will hier das noch machen, und dies noch nutzen, und dies noch nutzen, und dies noch nutzen, was eigentlich gar nicht wirklich, was einfach ein Prozess-Overload ist. Denn was da häufig wirklich, egal wie groß du bist, selbst bei großen Unternehmen, die schon mehrere hundert Mitarbeiter haben, eine sehr, sehr wichtige Devise ist, dass du dir bewusst bist, dass weniger grundsätzlich immer mehr bedeutet. Also nicht die Vielzahl der Prozesse bringen dir den gewünschten Erfolg, ja, Umsatz steigern, skalieren und so weiter, ganz im Gegenteil, sondern die richtigen Prozesse und die optimalen Prozesse zu haben im Unternehmen und sogar möglichst wenig Prozesse zu haben im Unternehmen, denn mehr werden es automatisch im Laufe der Skalierung, wenn du größer wirst und wächst mit deiner Unternehmung, ja, und die, was du ganz am Anfang schon zu viel hast, also unnötige Prozesse, die skalieren dann mit, und dann wird das Ganze sehr schnell sehr, sehr wüst und kann dann auch dazu führen, dass du im Chaos landest oder beziehungsweise, ja, bis hin zur Aufgabe oder zumindest nicht mehr weiterkommst und auf der Stelle trittst. Also ganz, ganz wichtig und dass du letztendlich am Ende des Tages auch immer den User im Zentrum hast. Also das heißt, alles, was du tust mit Tools, ja, ist letztendlich, sollten letztendlich User-zentriert sein. Das heißt, am Ende sind es die Anwender, die an Produktivität gewinnen sollen, ja, die ihre Ziele erreichen sollen, ja, die ihre Ziele vielleicht sogar übererreichen sollen. Das heißt also, an Produktivitätszugewinn, an Wachstum für das Unternehmen zuständig sind. Es sind letztendlich die Anwender, die sozusagen die inneren Organe deines Systems, wenn du jetzt mal einen Menschen als System nimmst und dein Unternehmen als System, ja, die Leber, der Vertrieb, ja, die Niere, das Marketing, ja, das Herz, ja, die Buchhaltung und so weiter, dass die letztendlich optimals funktionieren können und du dann auch skalieren kannst und letztendlich die Tools, ja, sind am Ende eigentlich das, teilweise sogar das Unwichtigste, ja. Und ich sage das deswegen, weil einfach viele sich ab und zu dem Kopf zerbrechen, nehm ich jetzt HubSpot oder nehm ich jetzt Pipedrive? Ja, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass du dir überhaupt den Kopf zerbrichst, ob du diese zwei nimmst? Ja, weil die eben so viel Marketing machen, ja. Und du deswegen diese Brands, diese Tools, diese zwei Namen im Kopf hast, okay, das ist denen ja gutes Marketing. Aber im Endeffekt könntest du auch irgendein Sonsten wie ein Tool nehmen, das noch gar keiner kennt, ja, aber trotzdem super ist. Das heißt, es ist nicht so dieser Tool-Fokus, sondern es ist zuerst der Prozess-Fokus und dann der Anwender-Fokus. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das hier rüberbringen. Und in diesem Sinne freue ich mich mit dir auf unsere nächsten Videos und trage dich gerne bei uns ein. Es ist auch so eine kleine Akademie mal geplant. Ja, habe ich ja schon viele Videos gemacht, wo ich einfach wirklich richtig gute Tipps raushau, aber dann halt auch einen Bezug auf nur Tools, ja, die wir sehr stark verwenden. Ich habe schon zwei genannt, Pipedrive und Hubspot und auch andere, die sehr, sehr wichtig sind. Ja, mal schauen, wie weit wir dann in die Tiefe gehen können. Okay, bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Ciao.